Dass zum Beispiel auch zu Ostern Familien treffen oder aber auch Familien feiern mit Personen, die nicht im eigenen Hausstand wohnen und leben, untersagt sind. 19 Personen als genesen eingestuft, kleiner Wermutstropfen. Wir mussten einen vierten Patienten im KT-Klinikum stationär aufnehmen. Osterfeuer sind untersagt. Das gilt auch für private Osterfeuer, beispielsweise in Gartenanlagen. Wir haben nach wie vor stabile Zahlen. Wir haben also kumuliert 34 labordiagnostisch bestätigte Infektionen hier in der Stadt Cottbus-Roschebus. Davon sind 19 Personen als genesen eingestuft, kleiner Wermutstropfen. Wir mussten einen vierten Patienten im KT-Klinikum stationär aufnehmen mit der Infektion. Das ist ein Cottbuser, der auf der Normalstation betreut wird. Insgesamt sind dort jetzt also vier Patienten wegen der Covid-19-Infektion in Behandlung. Davon ein Patient auf der Intensivstation. Aktuell, und die Zahlen sinken, kontinuierlich stehen noch 63 Personen unter häuslicher Quarantäne. Das ist der Stand jetzt heute Mittag. Und ebenso aktuell sind derzeit 359 Kinder in der Notbetreuung, 348 davon im Bereich Kita und Hort und 11 im Bereich der Kindertagespflege. Das entspricht bei Kita und Hort einer Quote von knapp 5 Prozent und bei der Kindertagespflege von etwas über 5 Prozent. 5,34, wenn man es genau wissen möchte. Das liegt daran, dass jetzt tatsächlich nach unserem Eindruck die Ein-Eltern-Regelung, also nur ein Elternteil, muss noch in einem Kritis-Unternehmen beschäftigt sein. Und hat dann Anspruch auf die Notbetreuung. Die scheint also hier zu greifen und schlägt sich nun in den Zahlen nieder. Mit den um die 5 Prozent liegen wir aber noch in dem Bereich, den wir anstreben, um genau Infektionsketten zu vermeiden, zu verhindern und die Gruppen nicht zu groß werden zu lassen. Das ist der Stand zu den Zahlen. Wenn es dazu schon Fragen gibt, dann gerne gleich, bevor wir zu den Ordnungsangelegenheiten kommen wollen. Ich habe eine ähnliche Frage. Eine ähnliche. Gibt es ja schon was Neues in Richtung Jugendweiten? Das ist jetzt immer mehr so ein bisschen gefragt von Eltern. Wir kennen die Fragen, die werden ja auch an uns herangetragen. Das ist ähnlich wie eine Frage, die mich gestern erreicht hat, beispielsweise zu Maibaum aufstellen und dergleichen mehr. Wir müssen immer wieder darauf verweisen, die derzeitige geltende Eindämmungsverordnung gilt bis 20. April. Das ist die Rechtsgrundlage für alle Dinge, die wir auch hier zu leisten haben und die zu beachten ist. Alle Termine, die danach liegen, können wir derzeit keine rechtsverbindliche Auskunft geben. Wir sagen aber, mit Blick auf die Jugendweiten, da sind die natürlich die Veranstalter gefragt und mit Blick auf Maibaumstellen und dergleichen mehr. Vernünftigerweise kann man davon ausgehen, dass solche Versammlungen, also größere Ansammlungen von Menschen, derzeit eher nicht geboten sind. Ohne, dass das jetzt schon eine rechtsverbindliche Auskunft ist, aber man kann davon ausgehen, wir kennen die Diskussion über Exit-Strategien und dergleichen mehr, dass solche Versammlungen auch nach dem 20. April sicherlich nicht im Sinne einer Eindämmung der Pandemie sind. Ob das dann eventuell mit einer Lockerung über Mundschutzregelungen oder dergleichen mehr einhergeht, ist heute noch Spekulation. Daran wollen wir uns jetzt hier an der Stelle auch nicht beteiligen. Aber wir appellieren da jetzt schon mal an die Vernunft der Leute, an die Vernunft von Veranstaltern, die gleiche Vorsicht behalten zu lassen, die jetzt gilt. Ja, dann würden wir zu den Dingen kommen mit Blick auf Ostern, die das Ordnungsamt vorbereitet hat. Manuel Hellwig ist wieder da, Amtierender Fachbereichsleiter Ordnung und Sicherheit. Komm ran, wenn wir uns hier loslegen. Ja, meine Damen und Herren, auch von mir einen schönen guten Tag. Ostern steht bevor und ich glaube, wenn ich sage, das sind ganz besondere Ostern in diesem Jahr, dann gilt das nicht nur für uns als Ordnungsbehörde, sondern auch für viele Cottbusserinnen und Cottbusser. Die Eindämmungsverordnung gilt weiter, auch zu Ostern und auch über Ostern hinweg. Da gibt es keine Ausnahmen. Das bedeutet nach wie vor, dass zum Beispiel auch zu Ostern Familien treffen oder aber auch Familien feiern mit Personen, die nicht im eigenen Hausstand wohnen und leben, untersagt sind. Ja, das gilt nach wie vor und wir appellieren auch nochmal an die Cottbusserinnen und Cottbusser, sich daran zu halten, denn wir sind und wir haben das gerade gehört von Jan Glossmann, mit unseren Zahlen auf einem guten Weg, aber wir sind noch nicht am Ziel und wir müssen weiterhin noch durchhalten und auch über Ostern. Und da appellieren wir sehr deutlich auch an die Cottbusserinnen und Cottbusser. Für die Ordnungsbehörden, also für uns als Fachbereich Ordnung und Sicherheit, wie auch für die Polizei in Cottbuss, ist für Ostern ein, naja, ein Groß-Einsatztag oder Einsatztage. Sie erinnern sich, wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder erfolgreich verhindern können, dass am sogenannten Karfreitag, also mit C am Anfang, junge Autofahrerinnen und Motorradfahrer den Saisonauftakt in Cottbuss mit illegalen Autorennen durchführen konnten. Dazu gibt es auch in diesem Jahr wieder ein abgestimmtes Einsatzkonzept von Polizei und Stadt Cottbuss, das vorsieht, dass wir dort, wo junge Leute sich treffen, wo junge Leute, junge Verkehrsteilnehmer versuchen, Autorennen durchzuführen, dass wir dort präsent sind, dass wir das verhindern, das wird uns insbesondere am Karfreitag beschäftigen. Und ich möchte das auch noch mal ganz deutlich sagen, dass die Teilnahme an einem Autorennen, das ist ein Straftatbestand und kann bis zu zwei Jahre Freiheitsentzug nach sich ziehen. Hier appellieren wir ganz einfach auch an die Vernunft der jungen Verkehrsteilnehmer, zum eigenen Schutz, aber auch zum Schutz aller anderen Verkehrsteilnehmer, die Autorennen in Cottbuss nicht durchzuführen. Wir sind aber als Ordnungsbehörde dabei, haben das auch im Blick, dass das nicht stattfindet. Am Samstag traditionell die Osterfeuer, die in diesem Jahr in der Stadt Cottbuss nicht stattfinden werden. Wir haben mit allen Veranstaltern gesprochen, Egal ob das private Veranstalter waren oder aber auch Ortsbeiräte und Bürgervereine, Osterfeuer sind untersagt. Das gilt auch für private Osterfeuer, beispielsweise in Gartenanlagen. Auch die sind nicht zulässig. Wir haben zudem die Waldbrandwarnstufe 4. Allein deswegen verbietet es sich schon, Osterfeuer durchzuführen. Ansonsten ist der Fachbereich Ordnung und Sicherheit in voller Personalstärke. Die nächsten, also über die Osterfeiertage, ab Karfreitag im Einsatz. Wir werden wieder mit bis zu 40 Personen zu Fuß, mit dem Fahrrad, aber auch mit den Fahrzeugen im Stadtgebiet unterwegs sein. Und auch unsere Hotline, die 6123456, wird geschalten sein, wo wir Hinweise von Cottbusserinnen und Cottbussern entgegennehmen. Und ich sage es nochmal sehr deutlich, wir haben dort teilweise bis zu 80, 90 Anrufe in den letzten Tagen erhalten von Cottbussern, die uns Hinweise gegeben haben, die aber auch ganz viele Fragen gestellt haben. Und deswegen auch das Angebot von uns an die Cottbusser, nutzen Sie bitte unsere Hotline. Da sind kompetente Ansprechpartner da, die ihre Fragen auch beantworten. So viel erstmal dazu. Stichwort privates Posterfeuer in einer Gartenanlage. Wenn ich eine vierköpfige Familie bin, die auch in unserem Hausstand wohnt und möchte aber trotzdem mein Feuerchen entzünden, ist nicht zulässig. Das liegt aber auch an der Waldbrandwarnstufe 4. Das liegt auch an der Waldbrandwarnstufe 4, die grundsätzlich zwar jetzt keine Feuer untersagt, aber in einer gegebenen Situation ist das nicht zulässig und sollte vermieden werden. Wie ist denn die Situation auf dem Aufwand? Also musste man da schon einschreiten, weil das hier gemacht wurde? Ich glaube, beim einen oder anderen Chappell war es so. Das hatten wir ja auch festgestellt, dass wir in einigen Ortsteilen schon Aufschichtungen hatten von Ästen und Gestürb und was da alles so dazugehört. Hier haben wir aber gute Gespräche geführt mit dem Ortsberat oder mit dem, der das in den letzten Jahren immer veranstaltet hat, dass diese am Samstag nicht gezündet werden beziehungsweise auch wieder zurückgebaut werden. Werden Sie auch das kompilieren tatsächlich? Ja. Neben den üblichen Kontrollgruppen, die wir im gesamten Stadtgebiet haben, wird es Sonderkontrollgruppen geben. Eine Kontrollgruppe, das kann ich so sagen, kümmert sich um das Thema Badeseen, Branitzer Park. Eine Kontrollgruppe kümmert sich ausschließlich um den sogenannten Karfreitag und eine Kontrollgruppe auch bis in die Nacht hinein zum Thema Osterfeuer. Also auch das hört nicht um 18 Uhr auf, sondern tatsächlich geht dann im Zweifelsfall um das Mitternacht. Genau. Ich sage es mal ganz nett, also der Fachbereich Ordnung und Sicherheit steht jetzt sieben Tage die Woche rund um die Uhr zur Verfügung den Cottbus an. Sie gehen ja auch tatsächlich durch Gartenanlagen und kontrollieren. Genau, das ist richtig. Aber auch hier vielleicht nochmal um das Thema Bußgelder und so weiter, worüber wir am Montag berichtet haben. Es ist nicht unser Ziel, Bußgelder zu verhängen. Und ich sage es auch sehr deutlich, seit Montag sind auch keine Bußgelder hinzugekommen. Sondern wir wollen aufklären, wir wollen informieren, wir wollen beraten, wir wollen Hinweise geben. Und deswegen auch meine Bitte an die Cottbusser, wenn wir uns an die Regeln noch halten, solange wie die Eindämmungsverordnung gilt, sind wir auch nicht gezwungen, Bußgelder auszusprechen. Deswegen an die Regeln halten und dann bleibt alles gut. Was ist denn erlaubt? Also die Osterfeiertagen sind ja der klassische Osterspaziergang. Sie haben gesagt, Sie kontrollieren auch den Brannitzer Park. Was bedeutet das für mich, was darf ich machen mit Familien? Also Bewegung an der frischen Luft mit Familienangehörigen, die im eigenen Hausstand leben, das ist zulässig. Was aber nicht zulässig ist, wie zum Beispiel jetzt ein Picknick im Brannitzer Park, wo vielleicht die Großeltern mit dabei sind oder die Enkelkinder, also so große Familien, das ist nicht zulässig. Und ich sagte es ja eingangs, es werden, naja, besondere Ostern in diesem Jahr werden für uns alle, also nicht nur für die Cottbusserinnen und Cottbusser, sondern auch für uns als Ordnungsbehörde. Und deswegen auch der Appell, wir müssen noch ein bisschen durchhalten. Aber ich dürfte jetzt mit meiner, keine Ahnung, beispielsweise vierköpfigen Familie im Park gehen und Ostereier suchen. Naja, die Eindämmungsverordnung sagt, ich darf mich in der Öffentlichkeit bewegen mit einem triftigen Grund. Ob das die Ostereiersuche ist, sehe ich eher kritisch. Ja, also zum Einkaufen gehen, Arztbesuche, zur Apotheke, Sport, Bewegung in der frischen Luft, das ist zulässig. Die Ostereiersuche, naja, eher nicht. Ist ja Bewegung in der frischen Luft. Ja, aber der triftige Grund. Wenn ich Ihnen ein Rennen, ist doch Sport. Ja, also was ich Ihnen auch sagen kann und versichern kann, dass meine Kolleginnen und Kollegen mit Augenmaß in der Stadt unterwegs sind. Ja, also es ist ja auch zum Beispiel untersagt, auf Parkbänken zu sitzen, ja, also dort zu verweilen. Natürlich, wenn jetzt eine ältere Dame spazieren geht, sich an der frischen Luft bewegt, eine Ruhepause braucht. Ja, dann brauchen wir auch nicht weiter darüber reden. Als würde sich keiner aufscheuchen. Das ist tatsächlich wirklich das Verweilen auf Parkbänken nicht erlaubt? Das Verweilen auf Parkbänken ist so nicht erlaubt. Das war mir so noch nicht klar. Noch eine Frage, vielleicht auch an Herrn Glossmann. Der Spree-Auen-Park, ist der beschlossen? Soweit ich weiß, ja. Okay, das heißt also, offen sind nur die öffentlichen Parkbänken, die da dran sind. Die offen zugänglichen Anlagen, ja. Ich muss nochmal zum Feuer zurück. Also wir haben jetzt eine Gartenanlage, da sollte ich es auch, das war jetzt ein bisschen schwammig, darf ich nicht, soll ich nicht. Was ist denn bei mir zu Hause im Garten, wenn ich eine Feuerschale habe? Auch nicht. Ist auch nicht gestattet. Also, das muss man vielleicht nochmal sehr deutlich sagen. Feuer sind grundsätzlich verboten. Es gibt dann, der Umkehrschluss heißt, es ist nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, aber nicht in der jetzigen Situation. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nicht die Corona-Krise hätten, dann gibt es bestimmte Anforderungen an die Größe des Feuers, das Löschmittel zur Verfügung steht und so weiter. Aber das gilt in dieser Situation jetzt nicht. Private Osterfeuer sind untersagt. Das ist doch ja kein Osterfeuer, wenn es mal 70, wenn nicht abends ein Feuer. Also weil das hat ja nichts mit Corona zu tun, wenn ich abends bin, wenn wir im Garten eine Feuerschale und Feuer sind nochmal rum. In dem Fall doch. Untersagt ist untersagt. Das heißt, das heißt, das liegt damit. Das ist doch ganz blob. Vielen Dank.